Es gibt eine neue, extrem gute Funktion bei Finanz.seo, die ich dir jetzt mal zeigen möchte. Und am Ende des Videos habe ich noch eine ganz wichtige Frage für dich, wo ich auch wirklich deine Meinung brauche. Also bleib bitte bis zum Ende dran und zögere nicht, deine Meinung mal hier rechts in die Kommentare zu schreiben. Wir können bei Finanz.seo hier alle Positionen entsprechend einsehen, hier mit den Kaufkursen und so weiter. Das neue Feature, und ihr seht es hier schon rechts mit neu betitelt, nennt sich Timeline. Hier seht ihr alle Sparpläne, Käufe, Verkäufe und vermutlich auch Dividenden. Einmal chronologisch aufgezählt, oben rechts ist eine Zusammenfassung. Das Ganze in der Ansicht zumindest kenne ich noch von keinem anderen Broker, zumindest langfristig und ein sehr, sehr gutes Feature. Kommen wir nun mal zu der Frage. Die Frage ist, wir haben jetzt dieses Community Depot hier als Sparplandepot, wo wir wirklich viel, viel mehr handeln und machen mit neuen Sparplänen, als in unserem anderen, etwas größeren Depot. Und die Frage ganz konkret, zu welchen der beiden Portfolios wünschst du denn regelmäßig mehr Updates? Zu dem größeren Depot zugegeben, das ist Bayern Holds. Da machen wir nicht wirklich viel. Natürlich, die Summen sind da etwas größer. Oder hier zum neuen Community Depot. Wir können hier auch die Sparsummen, wenn du das wünschst, noch etwas mit erhöhen, auch etwas breiter aufstellen. Also wenn du Wünsche für neue Positionen hast oder für kleine Anpassungen hier im Community Depot, pack auch das gerne in die Kommentare. Begründe deine Aussage gerne. Und natürlich hier gibt es demnächst auch Vorstellungen zu allen einzelnen Aktien, warum wir diese Position aufgebaut haben. Und wenn du auch das nicht verpassen willst, dann mach das Plus weg, folge uns und abonniere den Kanal.